Und jeder darf für alles demonstrieren. Und Parlamente entscheiden demokratisch. Aber unser Problem ist, dass wir technologische Wege finden müssen, um die Klimaziele zu erreichen. Und das kann ich nicht. Das kann... Also, Sie scheinen zu sagen, Politiker stören, Sie widersprechen sich. Die Politiker stören doch. Die Experten stören. Amerika machen dies und das. Und da muss einer sich hinstellen und das ansprechen. Das brauchen wir dann. Man muss protestieren. Ich fühle immer nur Worte. Immer dasselbe, auch in den Staaten. Die Politiker stören eigentlich nur. Die stören überall. In jeder Lage. Und Sie haben es selber so gesagt gerade. Die Politiker stören die Technologie. Und die Experten haben Sie doch gerade gesagt.